Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo, denn bald kommt die Battlefield Hardline Beta raus. Dort könnt ihr auf den zwei Karten Downtown und Desert den beliebten Conquest Modus mit 64 Spielern spielen oder den neuen Hotwire Modus spielen, in dem es um Verfolgungsjagden geht. Außerdem gibt es kein Level Cap, das heißt ihr könnt so lange spielen wie ihr wollt und könnt alles freischalten, was schon implementiert ist. Erscheinen wird die Beta auf allen Plattformen, für die das Spiel auch released wird. Ich hoffe ihr werdet Spaß in der Beta haben und hoffe auch, dass ihr wenigstens im Forum aktiv seid, um den Entwicklern Feedback zu geben und somit das Spielerlebnis zu verbessern. Weitere Informationen gibt es auf unserer Homepage unter scene-gamers.de. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, dass ihr viel Spaß bei der Beta habt. Auf Wiedersehen! Musik